Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lean alleine in der Schnellsuche Heroes of the Storm, aber nicht ganz alleine, denn ich habe den Beineberg dabei mit dem Hämmer, ich habe der Antania dabei mit dem Keltas und ich habe den Talsima dabei, ein Freund vom Beineberg mit der Nova und wir haben einen Random Kleiner. Ich weiß nicht, ich finde das gar nicht so schlecht, dass man sieht, wer in der Gruppe ist, weil oft gab es immer Spekulationen, so dass man, wenn man ein Fünferteam hat, auch gegen ein Fünferteam gerankt wird und so, jetzt sieht man, ob es wirklich so ist. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Lass den Kampf beginnen. So, wir sind Hämmer, Tassada bin ich, Nova, Keltas, Kleiner, gegen Lunara, Schlagter, Kerrigan, Lilly, Kleiner. In heiligkeitslieb. 524 Das ist vorher stagesend. Wir fragen die Zukunft. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Es ist vorherbestimmt. Helden, zollt mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren. Top Tribut, ne? In Eiligkeit gegenstärken. Ah, jetzt ist eh vorbei. Ist vorbei. Braucht nicht mehr kommen. Macht weiter Lane XP. Na ja, nicht ganz. Ja, nicht ganz. Oha. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Zeugt mir Tribut und erringt meine Gunst. Joa, schönes Wetter. Ich bin eurer. 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 Ja, das läuft, ne? Geil. Das läuft. Ich muss mal ein Ohr freimachen. Ihr habt die Wahl. Gut getötet. Okay. Okay. Das ist immer gewesen. Weiter zum Sieg. In Einigkeit liegt stärke. Okay. Oh Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zollt? Ich bin gefressen übrigens. Ach ja. Ich bin gefressen. Ich danke euch. Und so endet der Fluch. Vielleicht wisst ihr ihn jetzt zu schätzen. So soll es geschehen. So soll es geschehen. So soll es geschehen. Vielleicht soll es noch Lager aus. Gut. So soll es geschehen. Hm. Ich glaube auch. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zollt? Was soll man sagen? Das läuft. Oh ja. Das war eine ausgezeichnete Heide. So soll es geschehen. So sollt mir Tribut zollt. Wir sehen euch meinem Fluch. Ihr habt die Wahl. Ich bin ein Wettbewerb. Das war's für heute. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Zollt mir Tribut und erringt meine Gunst. Ihr könnt froh sein. In dem Fall. Es ist vorherbestimmt. Der Fluch sei aufgehoben. Ich bin eurer lächerlichen Gunst, erringt natürlich. Alter. Alter. Und genau deshalb zahlt man hier so viel. Ich bin eurer lächerlichen Gunst. Ich bin eurer lächerlichen Gunst. Ich bin eurer schlug die Gunst sein. Diese Draht wird mir zum Ruhm bereichen. Vielleicht sollst du alle hauen? Vielleicht. Aber nur vielleicht. Man weiß es nicht. Zollt mir Tribut oder stellt euch meinem Fluch. Ihr habt die Wahl. Ich bin eurer. Wunderfestung. Slick. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Zollt mir Tribut und erringt meine Gunst. Okay. Ja, lass den einzigen Support looten. Okay, lootet halt der einzige Support. Ja, kein Problem. Schöner Phoenix. Sehr schön. Blutrausch. Genau so. Es ist vorher bespricht. Öh, Timmy noch? Bum, das sollten wir noch down kriegen hier, bevor die spawnen. Und weg. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend und gut zahlt. Nice. Ich danke euch. Natürlich. Ja. Nein, das war doch nicht. Das war doch nicht. Wir sind ja auch. Nie! auch... Hahahaha Wir können eigentlich direkt auf den Core gehen, aber jetzt ist glaube ich auch schon zu spät. Geh! 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 War das jetzt ernst oder ironisch gemeint? Er antwortet nicht. Ja, aber zum Glück sind die Gegner genauso schlecht wie wir. Ich würde sagen, wir sammeln uns und gehen straight auf den Korps, weil die können das eigentlich nicht deffen, aber ich weiß es nicht. Weil, wenn wir jetzt versuchen, deren Boss zu deffen, dann sind wir tot, glaube ich. Ja, Allpushko, denke ich auch. Komm, 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 komm. Aber zusammen bitte, nicht nacheinander. Zusammen, schnell, schnell, schneller, schneller, schneller. Ich danke euch. Es ist vorherbestimmt. Alles zünden bitte und drauf. Wollen wir sehen, wer mir dieses neue Gefühl trinkt zu zahlen. Joa, da hat ein bisschen Schaden gefehlt, glaube ich. Ah, der ist vorbei. Wohoo! Wohoo! ja gut checkt es jetzt und ja was soll man da sagen checkt die talents und dann und dann tschüss